Wo nehmen Österreichs Unternehmen nur die Energie her? Von der Kupferschmiede haben wir uns mit der OMV zu einer international anerkannten Innovationsschmiede entwickelt. Mein Name ist Gernot Kranerbeter. Ich bin Geschäftsführer der Berge Energy, dem größten Unternehmen der Berge Firmengruppe. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und befindet sich heute in dritter Generation im Besitz der Familie Berge. Unser Unternehmen beschäftigt heute 425 Mitarbeiter. Wir beschäftigen uns mit der industriellen Energie- und Kraftwerkstechnik und dem Apparatebau. Unsere Geschäftsfelder umfassen feststoffgefeuerte Kesselanlagen, Abhitzekesselanlagen, Gasturbinenabhitzekessel, Prozessabhitzesysteme und Apparate für die chemische und petrochemische Industrie. Für die OMV produzieren wir vorwiegend Kolonnen, Reaktoren, Wärmetauscher. Aktuell mehrere große Prozesskolonnen für den OMV-Standort in Burghausen. Darüber hinaus auch Apparate für die OMV-Standorte in Österreich und in Rumänien. Berge Energy ist insofern der richtige Partner für die OMV, als wir uns konsequent auf Qualität ausrichten, wir mit unseren Kunden in deren Märkte gehen. Bei der OMV handelt es sich um einen der wenigen österreichischen Kunden der Berge Energy, die durch ihre internationale Expansion maßgeblich dazu beigetragen haben, den Exporterfolg der Berge Energy entsprechend zu gestalten. Durch das Wachstum der OMV in neue internationale Märkte wird auch unser Wachstum mitgesichert. Der Slogan der OMV, mehr bewegen, mehr Zukunft, trifft absolut auch auf die Berge Energy zu. Bewegung ist das Wichtigste in einer Geschäftsbeziehung. Die Welt verändert sich, man kann als Unternehmen nicht stehen bleiben und so wie unsere Kunden nicht stehen bleiben, darf natürlich auch die Berge Energy nicht stehen bleiben. Und deswegen ist Bewegung und Zukunft für uns eines. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020